In der Sendung Kinowetter berichten wir unter anderem über diesen Film. Im Horror-Filler Get Out soll Chris endlich die Familie seiner Freundin kennenlernen, doch vor Ort angekommen, stolpert er von einem Schreckensszenario ins nächste. Versinke im Boden. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Versinke. Verstand sollte man niemals verschwenden. Niemals verschwenden. Wenn zu viele Weisse da sind, werde ich nervös. Nein. Nein, 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 nein. Kinowetter am Donnerstagabend am 8 auf S1. Willkommen zu Hause.